Herzlich Willkommen auf JEPCOM Networks YouTube Kanal für Android Smartphones und Tablets. Willkommen bei Psyon Park Video. Herzlich Willkommen bei Psyon Park Video, dem Mobile Kanal von JEPCOM Networks hier auf YouTube. Ja hallo, diesmal geht es um die manuelle Anbindung an eine Cloud. Und zwar bin ich hier einfach mal drauf gestoßen, der Henry, hier über meine Google Geschichte, der fragt hier, ob jemand eventuell sagen kann, wie er seine Fotos manuell vom Handy auf sein Google Konto sichern kann. Und ja, das ist ohne weiteres möglich. Und das hier vorliegende Programm nennt sich hier Solid Explorer. Das gibt es dann auch im Play Store. Wir öffnen das einfach mal. Hier haben wir dann einmal den internen Speicher und den externen Speicher. Ja, wir haben das jetzt mal so eingestellt und wir hatten den Solid Explorer in einem der vorangegangenen Videos auch bereits schon mal erwähnt. Hier einmal die Möglichkeit Geräte anzuknüpfen. Wir gehen jetzt einmal auf Gehe zu. Hier habe ich die Möglichkeit verschiedene Sachen auszuwählen. Entweder Gerät. In diesem Fall geht es ja hier um das Netzwerk, denn der Henry möchte ja die Fotos manuell auf die Cloud transportieren. In dem Moment gehen wir mal auf Netzwerk. Sollte es sich um einen FTP oder SFTP Server handeln, kann man auch dieses benutzen, so wie diverse andere. Hier handelt es sich aber um einen Cloud-Dienst, was natürlich hier in diesem Moment das Google Drive Konto betrifft. Da drückt man dann drauf. Und hier haben wir diverse Konten. Die kann man hier oben bei dem Plus, kann man eins dazu addieren. Da sucht man sich dann dementsprechend das Konto seiner Wahl aus. Ob das jetzt ein SkyDrive ist oder wie auch immer, was hier vorne so gelistet ist, kann man hier auswählen. Und dementsprechend die Daten eingeben. So, zum Schluss kommt dann jeweils bei jedem Benutzer ein eigenes Google Drive Konto dann heraus. Hier einmal unser Xeon Park Video. Das verbindet sich dann kurzerhand. Und hier haben wir einmal schon vorbereitet einen Testordner für Henry. So, dies ist jetzt der Ordner in der Cloud. Wenn ich jetzt meine Bilder habe, gehe ich einfach mal hier vorne rüber. Die Bilder befinden sich in der Regel in dem Dezim-Ordner. Dieser Dezim-Ordner, der befindet sich sowohl auf dem internen Speicher als auch auf dem externen. Es kommt immer darauf an, wo man jetzt seine Priorität gesetzt hat. Ob die Bilder jetzt auf der internen oder auf der externen Karte gespeichert werden. Werden sie auf der externen Karte gespeichert, so wie bei uns. Da ist einfach mehr Platz. Dann nehmen wir einfach ein Bild unserer Wahl. In diesem Moment einfach mal hier dieses. Und kopieren es nach. Da. Nämlich zu dem Ordner, den wir gerade auf der anderen Seite haben. So, jetzt geht das Ganze darüber. Für Files, wo es ein bisschen länger dauert, kann man das auch hier vorne minimieren. Hier ist das jetzt schon geschehen. Okay. Wir gehen wieder rüber. Und wir haben hier dann dieses Bild. Auch dieser Solid Explorer, der hat auch einen eigenen Image Viewer. Kann man dann auch mal eben betrachten. Und so sieht das ganze Bild dann aus, wenn es dann geladen ist. Ja. Das zudem, wie man die Fotos manuell in die Cloud bekommt. Ja. Da kann man sich, wie gesagt, einen eigenen Ordner machen. Und bei diesem Programm hat man dann auch die Möglichkeit, zu sagen, okay. etwas länger gedrückt halten. Sekunde. Das war jetzt mit dem Stift. Wenn man das jetzt auswählt, kann man das auch man kann die Bilder dann auch einzeln auswählen. und dann dementsprechend dann einfach rüberschieben. Einfach in den Ordner. Oder man kopiert sie dann dementsprechend mit einem etwas längeren Fingerdruck. Ja. Und kopiert sie einfach, geht dann rüber ins Verzeichnis und schiebt sie dann da. Einfach rüber. Ja. Das zudem, wie man die Bilder einfach mal so herüberschickt. Ich hoffe, es hat den ein oder anderen ein bisschen weitergeholfen. Das war's bis hierher. Gehabt euch wohl. Gruß an Henry und den Rest. Tschüss. Euer John von Psyon Park Video. Ich hoffe, es hat den Rest.